Das ist meine 103-jährige Unternehmer-Oma Rita. Ich habe sie gefragt, was ihr Geheimnis eines langen, gesunden und erfüllten Lebens ist. Und das hat sie mir geantwortet. Zufriedenheit mit sich selbst, Ernährung, Sport und eine glückliche Ehe. Der SWR hat eine Doku über sie gemacht. Und was soll ich sagen, auf Facebook wurde die ziemlich abgefeiert. Mit 8,8 Millionen Views, 215.000 Likes, über 17.500 Kommentaren und 47.000 Mal geteilt. Ich würde sagen, meine Oma steigt mit ihren 103 Jahren jetzt nochmal voll ins Influencer-Game ein.